So, sind wir beim ersten Gipfel. Vorsicht, Tini, Vorsicht, da kann man überall runterfallen. Vorsicht! Wir sehen uns schon, dass es rauskommt. Tini, Ne, Tablet. So, wir können noch etwas übernehmen. Das ist schon mal. Schatzfee. Das ist schon mal. Oh, das ist schon mal. Ah, anstrengend! Äste hängen so tief hängen im Schnee. Kamera ist auch nicht wasserdicht, Gimbal auch nicht. Auf Gassen! Boah, ist das finster hier! Wahnsinn! Nächstens! So, jetzt muss man aufpassen, Tini. Mal auf die Karte schauen. Ich glaub nämlich, wir kehren nach rechts.